Wo ist Manni? Manni und Diego sind im Wohnzimmer, Chat. Meine Freundin kümmert sich gerade um die. Zeig uns, Manni. Aber ich habe mal ein paar Fragen an euch. Ist das normal, dass die noch nichts gegessen haben, Chat? An die Katzenleute hier? Die haben noch nichts gegessen. Obwohl ich die... Wir haben das gleiche Katzenfutter wie das geholt extra, was sie schon vorher gegessen haben. Lass die Katzen erst mal ankommen. Ja, aber ich habe mich trotzdem gewundert. Sie müssen sich eingewöhnen, würde ich sagen. Ja, ja. Aber so nichts essen? Das hätte ich gedacht. Nach dem Spiel hole ich mal kurz Manni rein. Das ist ja unglaublich, ihr Chat. Manni und Diego, Chat. Die gehören jetzt, das ist voll lustig, die gehören jetzt einfach für die nächsten Jahre zu meinem Leben. Voll cool, voll krass. Ich habe nachgeguckt, britisch kurze Katzen werden ungefähr zwischen 14 und 16. Kommt ein bisschen darauf an auch, ne? Einfach bis ich 40 bin, habe ich die Jungs. Zehn Jahre? Ne, ich habe 16 gelesen. Ich weiß nicht, ob es falsch ist, aber ich habe 16 gelesen. Die wären dreifache Freundin. Elli weiß noch nichts. Die Frau weiß noch gar nicht, wie die beackert wird, ehrlich. Das sind aber auch zwei Playboy-Brüder. Das sind diese Brüder, Chat. Man guckt sie sich an und dann sagen so diese ganzen Katzenmädchen, boah, so gerne und so. Und überall ein Poster und so hängen davon bei den Katzen in den Zimmern und sowas. Ganz, ganz kranke Scheiße. Die sind auch richtig cool, so. Coole Katzen. Manni und Diego sind wie Sid und Winnie und liken bei den anderen Katzen auf Insta alles durch. Elli, Freunde, was glaubt ihr, was da abgeht, wenn sie die erstmal sieht? Was glaubt ihr, was da passieren wird? Manni holen? Okay, wir holen die Jungs mal. Manni, mach das Spiel gefasst. 21.000 Leute jetzt. Nicht nervös werden, Manni. Manni Manfred. Ups. So ein Macher, ehrlich. So ein Macher. Das ist Diego. Man sieht ihn ja gar nicht. Doch, das ist das Diego. Oh nein. Jetzt hat er sich erschrocken, weil ich genießt habe. So ein Macher. So ein Macher. Er ist auch so hübsch. Guck mal, wir können ihn ja mal in die Kamera halten. Diego, guck mal. Und Manfred war sogar schon auf Klo. Wo ist Diego? Hier. Dann setz dich doch hin, wenn du... Ich weiß nicht, ob man sieht... Ah, doch hier. Guck, tausch den Mann an. Du wirst Elli besteigen, Diego. Mit Manfred zusammen. Mit Manfred zusammen. Mit Manfred zusammen, ob sie wollen oder nicht. Die werden zwangsverheiratet. Die führen eine Dreierbeziehung, eine offene Beziehung. Was erzählst du der armen Katze? Jetzt mal ehrlich. Die werden eine offene Beziehung führen. So einfach ist es. Und die sind auch so gechillt, Freunde. Man kann die tragen. Die haben so... Die sind richtig entspannt. Wie er darfst du der Arme? Guck mal, die sind richtig entspannt, Manfred. Und die chillen hier auch immer so beeindruckend. Lass sie doch mal dein Streamingzimmer ein bisschen erkunden. Aber hier nicht für irgendwelche WLAN-Kabel durchknabbern. Ich kann es aber... Keine... Guck mal, der ist schon auf Kabel. Du wirst hier nichts anknabbern. Niemand von euch knabbert hier irgendwas an. In dem Pokal mit ihm. Das ist ein Spielzeug, Chat. Die sollen ja nichts anknabbern. Manfred, wenn du was anknabbelst, ich weiß, wo du wohnst. Nach dir da nichts. Ich weiß, woher wohnen. Wow. Guck mal den da an. Wo ist der denn? Mit den Bäumen im Zimmer. Wir passen auf. Aber die werden... Das Zimmer ist zu. Wenn wir hier sind. Knabber in 97. Die im Wohnzimmer sind schon weg. Und die hier drinne. Das wird zu sein. Willi, der wird jetzt vernachlässigt. Du kriegst keine Liebe mehr von mir. Ja, und kein Cheeseburger. Hä? Ist zu, ist zu. Cheeseburger ist zu. Heizbänder uncool. Mann, ich muss hier erstmal irgendwie auseinander. Aber wir werden den Safe-Heizbänder auch geben. Die sehen genau gleich aus, Chat. Ich schwör's euch. Die sehen genau gleich aus. Echt süße Katzen. Dankeschön. Wirklich und richtig. Und zum Thema hier. Drachenbäume. Bla, bla, bla. Die sind nicht so... Bis die Drachenbäume raus sind. Also die werden in den nächsten zwei... Die werden auch immer mal hier drin sein. Aber sie sind am Anfang nur hier drinne. Wenn ich dabei bin. Weil ich aufpasse. Dass sie hier auch keine Kabel und so anknabbern. Ich hab euch mal. Manfred ist da irgendwo am WLAN-Router und knabbelt da was runter. Oder Diego. Was hab ich denn da für ein Problem? Gibt's erstmal ein paar... Manfred... Äh, Diego ist das übrigens Chat. Wurde ich mich noch ein bisschen entspannen. Wurde ich mich noch ein bisschen angucken, wie das alles ist. Ist schon ein Brett, ne? Ist schon hübscher. Grün ist... Grün ist Diego. Ui. Diego, guck mal. Das ist dein Chat. Das ist dein Chat, mein Freund. Das ist dein Chat. Das ist dein Chat. Die Leute lieben dich. Die Leute lieben dich. Und die haben voll coole Augen, finde ich. Manfred ist jetzt auch hier. Der darf da nicht... Der darf keine Kabel zerkratzen. Manfred, wenn ich hier gleich ein Disconnect kassiere, dann hast du ein ganz großes Problem, mein Freund. Orangene Augen. Ja, die haben so... Also man sieht, die kriegen orangene Augen. Und die riechen auch so cool. Warum sind... Die sind cool. Ich schnupperst du gerne an der Eier. Ja, weil die cool sind. Die riechen auch so gut. Die haben bald keinen F*** mehr, die Eierköpfe. Die haben bald keine Eier mehr. Warum? Weil die kastriert werden. Ach so, ja, aber die Eier werden, die bleiben doch. Da wird nur was durchgeschnitten, glaube ich. Ach so. Ja, das weiß ich mal. Die Jungs wissen gar nicht, was auf die zukommt. Zeig noch Manni, wo es Manfred. Mein Gott. Manni ist gerade emotional. Manfred heult rum. Manfred ist auch der, der die ganze Zeit miaut, muss ich sagen. Diego ist gechillt. Diego ist gechillt. Manfred ist der heult rum. Das ist so Muttersöhnchen, weil die sind ja nicht mehr bei ihrer Mama. Ein paar Abonnenten haben mir auch geschrieben, dass das normal ist. Die müssen sich erst mal ein, zwei Tage so an die Umgebung gewöhnen. Aber die sind schon sehr weit, ne? Die laufen uns hinterher und sehen uns schon so als Eltern. Ich habe so die Videos da reingesendet gehabt und mir haben voll viele geschrieben, dass das eigentlich nicht so normal ist. Dass sie so entspannt bei euch bei einem so rumliegen und so. Normalerweise sind die vier mehr am... So wie Elli, ja. Bei Elli war das auch so. Elli ist ja auch übelst anhänglich. Ey, Mo. Markus. Hast du meine Katzen gesehen, Mo? Ey, die sind echt nice. Ehrlich, pass lieber auf. Hast du Frauen oder Männer? Ich habe zwei Frauen. Ja, lasst dir mal nicht aus den Augen. Ich lasse die Jungs komplett YouTube-Deutschland-Katzen anbesteigen, Digga. Prones, Katzen, alle Katzen werden dann rum. Ey, sag ehrlich, ich lasse die Sicker bunken. Eine sieht sehr gut aus. Beide sehen sehr gut aus. Die sehen genau gleich aus. Zwei Männer? Ja, ja. Ich habe zwei Playboys. Irgendwann brauche ich Kinder, dann nehme ich die Mittler. Das finde ich, der will doch wirklich Kinder mit denen haben wollen. Katzinius weiblich, ja. Ey Junge, weißt du, wie viel Geld man mit Katzen macht? Ich lasse 80 Kinder machen. Digga, ich habe 800 Euro für meine gezahlt. Ohne Sinn. Aber meine sind auch sehr... Die sind... Wenn jetzt unsere Kinder machen würden, die wären nicht so rein. Ja, meine ich ja halb von denen. Halb, halb, ja, ja. Aber meine sind komplett, komplett. Und wenn aber komplett mit... Das sind ja dann Mischlinge so. Ja, dann ist doch deine Sache. Ich nehme die Kinder eh. Ja, aber die kannst du dann nicht so teuer verkaufen. Digga, ich mache... Wir hören auf mit YouTube, mit Insta, mit Twitch, mit E-Sport. Ich werde Katzenzüchter, ehrlich. Wir gehen ins Katzenchef rein. Moment, eine Idee. Bei Top 200 Katzentradern. Hey, überleg mal. Wenn du fünf... Wie viele Katzen bekommen? Wie viele Kinder bekommen so Katzen? Erste Schwangerschaft zu zwei, drei. Und dann können die sogar sechs, sieben holen. Bruder, sechs, sieben Kinder. Wenn du die alle für 800 Euro verkaufst, was ist das? Ich hatte den Plan schon vor einem Jahr. Weißt du, was da passiert ist? Nee. Bei der Geburt einfach Probleme. Die eine stecken geblieben. Da musst du eine Operation machen. Einer gestorben. Und die andere hat überlebt. Und die Gebärmutter von Katzenio kaputt gegangen. Oh. 1200 Euro hat das gekostet. Ist voll teuer, ne? So Operationen. Ja, also wenn die nicht versichert sind. Ja, ja. Das ist Karma, weil ich das Geschäft machen wollte. Diego und Manni, die sind von... Das sind Brüder. Und die hatten aber auch drei andere Geschwister. Das heißt, die hatten fünf. Die waren fünf Geschwister. Wie entstand die erste Katze? Gute Frage. Ey, war das bei dir auch so? Mit wie viel Jahren? Ach, du hattest dann wahrscheinlich... Ey, das ist mir... Ich komme mir so dumm vor, wenn ich das sage. Baby Katzenio hattest du dann seit Tag 0 sozusagen, ne? Mhm. Ja, okay, das ist was anderes. Ich habe... Ich bin cooler, ehrlich. Also Katzenio habe ich schon krass gefeiert, aber von Tag 1, die sieht aus wie eine Ratte, so, ne? So ein Zentimeter. Hast du Baby Katzenio... Aber hast du Katzenio auch gehabt? Ne, Katzenio war so wie du. 11 Wochen oder so. Ja, ja. Haben die bei dir direkt gegessen und so? Bei mir essen die nicht, Chad. Also die haben jetzt Leckerlis gerade gegessen. Aber gesunde Leckerlis. Ich achte auf Ernährung. Ist auch alle alles gut. Kriegen keine ungesunden Sachen. Aber die essen bei mir nicht richtig. Gewöhnst denen dran, dass die auch dein Essen essen. Nicht nur Katzenfutter. Das heißt, wenn es bei dir zu Hause Nudeln gibt, die essen auch Nudeln bei mir. Lol. Also alles, was die Menschen erfüllen. Naja, die brauchen Katzenfutter. Ein Macher. Du bist ein Macher. Und du bist so süß, Manfred. Du bist so süß. Und cool. Der ganze Chad liebt dich. Das ist Diego-Chad. Das ist nicht Mani. Ein absoluter... Du bist ein Frauenmagnet. Du bist ein Frauenmagnet. Und du hast so schöne Augen. Er guckt mich auch so cool an. So knuff ich ehrlich. Wie unterscheidet ihr die? Die sehen genau gleich aus. Und die sind so voll unscheu. Ich kann den ganzen Tag mit denen chillen. Die lieben dich, Manfred. Das ist dein Chad. Ey, Diego. Scheiße. Diego, ich meine Diego. Tut mir leid. Ihr seht genau gleich aus. Ehrlich? Ich muss mich noch dran gewöhnen. 1, 2, 3, Diego. Manfred ist gerade Chad. Wir stören keine Leute. Ich muss mich noch dran gewöhnen.